Die Landeshauptstadt Stuttgart wählt einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Am Sonntag haben über 450.000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter die Wahl. Wer wird Nachfolgerin oder Nachfolger von Fritz Kuhn? Es ist wohl das zweitwichtigste politische Amt in Baden-Württemberg und wir haben vier Top-Kandidaten zu uns eingeladen zum Academy Talk hier bei regio.tv. Noch zweimal schlafen, dann ist es soweit. Nein, das Christkind steht da noch nicht vor der Tür, aber die Stuttgarter vor der Wahlurne. Sie haben am Sonntag die sprichwörtliche Qual der Wahl, wenn es wieder heißt Stuttgart sucht den Oberbürgermeister. Aktuell ist das ja noch Fritz Kuhn. Seine grüne Ära hat eine ganze Amtszeit lang gedauert. Jetzt dankt er ab und tritt aus persönlichen Gründen nicht erneut an. Und rund 450.000 wahlberechtigte Stuttgarter haben die Wahl. Zwischen 14 Anwärterinnen und Anwärter aus allen möglichen politischen Lagern. Unsere heutigen Studiogäste zählen zu den Top-Kandidaten der Wahl. Doch wer wird Fritz Kuhns Thronerbe? Vielleicht Veronika Kienzle als grüne Erbin? Und womöglich erste Oberbürgermeisterin unserer Landeshauptstadt? Oder vielleicht der CDUler Frank Nopper, der gerade noch OB von Backnang ist? Oder wird es Marian Schreyer als Jüngster in der Runde mit ruhender SPD-Mitgliedschaft? Oder wird es am Ende doch SPD-Fraktionsvorsitzender im Stuttgarter Gemeinderat Martin Körner, dessen SPD-Mitgliedschaft nicht ruht? Eine Wahl? Viele Möglichkeiten. Na dann sage ich mal, ringfrei. Möge der oder die Bessere gewinnen. Ringfrei also jetzt für eine Bewerberin und drei Bewerber hier beim Academy Talk. Und wir wollen die Persönlichkeiten ein bisschen besser kennenlernen, denn die Themen wurden schon in vielen Formaten ausführlich diskutiert. Aber wie sieht es aus mit Veronika Kienzle, Dr. Frank Nopper, Martin Körner oder Marian Schreyer? Und wie kreativ sind Sie? Dafür haben Sie jetzt 60 Sekunden Zeit, sich selbst vorzustellen. Und wir machen das in alphabetischer Reihenfolge und beginnen mit Veronika Kienzle. Vor 40 Jahren habe ich mich für Stuttgart entschieden. Ich habe hier eine künstlerische Ausbildung gemacht. Ich habe 24 Jahre in der Stadtverwaltung gearbeitet. Ich arbeite seit sieben Jahren im Staatsministerium Baden-Württemberg. Und ich habe ehrenamtlich mich vielfältig engagiert. Ich habe einen Flüchtlingsfrauenverein gegründet. Ich habe eine Stiftung mitbegründet. Und ich habe ein Kinder- und Jugendtheater begründet, dessen Vorsitzende ich bis heute bin. Ich habe mich viel in der Kulturarbeit engagiert. Ich habe im Theaterhaus gearbeitet und ehrenamtlich viele Vereine und Initiativen mitbetreut. Und ich habe mich immer auch um Biodiversität und Umweltschutz gekümmert, weil mir das ein besonderes Anliegen ist. Ich habe hier geheiratet und ein Kind großgezogen. Ich habe diese Stadt lieben gelernt und es ist meine Heimat geworden. Und für die möchte ich mich einsetzen, auch als Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Stuttgart insbesondere. Vielen Dank, Veronika Kienzle. Und jetzt Kandidat 2, Martin Körner. Mit meinen 50 Lebensjahren liege ich ziemlich genau in der Mitte der Kandidaten, die sich Ihnen heute Abend hier vorstellen. Und das ist auch mein politisches Selbstverständnis. Ich verstehe mich als Kandidat der politischen Mitte unserer Stadtgesellschaft. Pragmatisch, vernünftig und in der Lage, über die Parteigrenzen hinweg Mehrheiten im Gemeinderat zu organisieren. Ich habe Volkswirtschaftslehre in Heidelberg studiert, bin seit 25 Jahren berufstätig in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und in der Politik. Und ich denke, damit bin ich ganz gut vorbereitet für die Herausforderung, die das Amt des Stuttgarter Oberbürgermeisters mit sich bringt. Ich wohne in Stuttgart-Gablenberg, mit meiner Frau und meiner 10-jährigen Tochter. Stuttgart ist unser Zuhause. Und ich möchte gemeinsam mit Ihnen meinen Beitrag dafür leisten, dass wir in unserer so vielfältigen Stadt auch ein bisschen zusammenhalten. Gerade jetzt kommt es darauf ganz besonders an. Dankeschön, Martin Körner. Und nun Dr. Frank Knopper. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Stuttgart ist eine echte Herzenssache für mich. Ich bin leidenschaftlicher Stuttgarter vom Scheitel bis zur Sohle. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Hier bin ich zur Schule gegangen und hier war ich auch über viele Jahre hinweg berufstätig. Und nicht zuletzt habe ich hier auch meine Frau Gudrun kennen und schätzen gelernt. Mit ihr habe ich zwei Söhne, auf die wir sehr stolz sind. Von Haus aus bin ich gelernter Bankkaufmann und promovierter Jurist. Seit dem Jahr 2002 bin ich Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Backnang. In den Jahren 2010 und 2018 wurde ich stets mit hohen Zustimmungswerten wiedergewählt. In meinen über 18 Jahren als Oberbürgermeister war ich immer ganz nah bei den Bürgern. Und ich habe immer partei- und fraktionsübergreifend gewirkt. Zusammengefasst, ich kenne, ich kann und ich liebe Stuttgart. Das war Dr. Frank Knopper und last but not least Marian Schreyer. Guten Abend. Es gibt vier Zahlen, die sich zu mir merken müssen. 30, 19, 5 und 1. Ich bin 30 Jahre alt und bringe damit eine frische Perspektive, mit die über den Tag hinausgeht. Und ich will die Kommunalpolitik in Stuttgart auf die Höhe der Zeit führen. Denn vieles, was wir heute entscheiden, betrifft nicht nur die kommenden Szenen, sondern die nächsten 20 oder 30 Jahre. Ich habe 19 Jahre in Stuttgart verbracht. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Meine gesamte Jugend und Schulzeit. Ich kenne Stuttgart also gut. Danach habe ich Politik und Verwaltung studiert. Erst in Konstanz am Bodensee, später in Oxford. Und seit fünf Jahren bin ich Bürgermeister der Stadt Tengen, einer Stadt in der Nähe des Bodensee. Und eins, weil ich ein Ziel habe, dass nicht mehr zuerst gefragt wird, was alles nicht funktioniert, sondern was gemeinsam möglich ist, wie unser Stuttgart sein könnte. Eine Stadt, die wirtschaftlichen Erfolg und nachhaltiges Denken miteinander verbindet. Eine Stadt, die ihre Schlüsselindustrie neu erfindet und Beschäftigung sichert. Eine Stadt, die wieder Lust auf Neues hat, ohne ihre Tradition zu vergessen. Ach ja, und eins auch deshalb, weil ich auf dem Stimmzettel ganz oben stehe. Am Sonntag wird in der Landeshauptstadt Stuttgart gewählt. Wir suchen einen neuen Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin. Der Wahlkampf befindet sich auf der Zielgeraden und unsere Gäste sind nochmal herzlich willkommen geheißen hier beim Academy Talk aus der Wohninvest Academy. Es gab unglaublich viele Termine und Wahlkampfauftritte. Und Herr Dr. Nopper, wie froh sind Sie, wenn endlich der Sonntag erreicht ist, der 8. November? Also es ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Zwischenetappe und ein Dauerläufer braucht eine solche Zwischenetappe. Und der sehe ich mit Sehnsucht entgegen, diesen Zwischenstopp. Herr Schreier, Sie sind sicherlich in Tengen gemeldet. Sie dürfen am Sonntag wahrscheinlich gar nicht wählen, oder? Ja, das ist richtig. Ich darf leider nicht wählen. In der Tat ist mein Hauptwohnsitz Tengen, auch wenn ich jetzt die letzten drei Monate fast durchgängig in Stuttgart war. Aber meine Eltern, wo ich aktuell wieder quartierbezogen habe, die werden am Sonntag dann wählen gehen. Frau Kienzle wird sicherlich wählen gehen. Als Stuttgarterin, wie werden Sie Ihren Sonntag verbringen? Ja, natürlich gehe ich ins Wahllokal und werfe meinen Stimmzettel ein. Das ist einfach ein wichtiges Ritual und da freue ich mich auch drauf. Und dann werden wir wahrscheinlich einen relativ ruhigen Sonntag haben und vielleicht gehen wir ein bisschen in den Garten und am Abend fiebern wir dann natürlich dem Ergebnis entgegen. Das wird Herr Körner selig auch tun, der im Wahlkampf auch als Rosenkavalier für Furore gesorgt hat. Über 3000 rote Rosen verteilt für die mögliche zweite Wahlkampagne. Gibt es dann vielleicht rote Nelken? Würde ja zur SPD auch gut passen. Nee, da würde ich schon bei den roten Rosen bleiben. Die bekomme ich hier in Fellbach um die Ecke jeden Morgen frisch geschnitten und ich finde die sehr schön und bleibe da ganz konstant und kontinuierlich dabei. Diese Woche fand ja auch der US-Präsidentschaftswahlkampf statt und da wurde schon auch mit harten Bandagen gekämpft und es gab auch recht strenge Diskussionen. Der Stuttgarter Wahlkampf war so irgendwie ein bisschen mit Wattebällchen geworfen, hat man so den Eindruck gehabt. Frau Kienzle fällt so an den richtigen Themen, die auch die Kandidaten ein bisschen spalten könnten oder woran liegt das? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich denke schon, dass die Corona-Pandemie uns eigentlich eher gerade auffordert, irgendwie auch mit Haltung und Zusammenhalt an die Themen zu gehen und nicht uns jetzt im Klein-Klein zu bekriegen. Ich muss sagen, ich habe den Wahlkampf bisher als ausgesprochen angenehm empfunden. Jeder hat seine Position vertreten. Die Bürgerinnen und Bürger haben eine breite Palette an Möglichkeiten, sich zu entscheiden, was ihre Themen sind und wer sich für ihre Belange vielleicht besonders gut einsetzt. Aber dass wir uns da untereinander bekriegen, ich finde, das ist auch gerade gar nicht die Zeit dazu. Und insofern bin ich froh, dass das so auch gar nicht stattgefunden hat. Ja, aber fällt vielleicht der Amtsinhaber, um auch ein bisschen sich daran reiben zu können für einen Wahlkampf? Also zunächst möchte ich sagen, ich bin Gott froh, dass es friedlicher gelaufen ist als in den USA, dass es weniger polarisiert gelaufen ist als in den USA, dass mir auch kein Fahrzeug von einem Gegenkandidaten in die Seite gefahren ist, wie das ganz offensichtlich in den USA war. Da hat ein Trump-Anhänger einen Biden-Bus gerammt. Ich glaube, ein munterer Wahlkampf ist die richtige Dosierung, ein munterer Wahlkampf, der aber persönlich fair bleibt, der an der Sache durchaus auch mal hart ist. Das ist das richtige Maß und das haben wir bisher in Stuttgart so gehalten und ich hoffe, dass es dabei bleibt. Herr Schreyer, die Themenlage liegt ja ungefähr bei jedem auch im Wahlprogramm ähnlich. Bei welchen Themen kann man sich denn wirklich abgrenzen? Also ich glaube schon, dass es da eine ganze Reihe von Unterschieden gibt, auch wenn ich unterstreichen will, dass es wirklich ein sehr fairer Wahlkampf war, an der Sache orientiert und ich finde, es zeichnet Kommunalpolitik auch aus, dass das kein Hauen und Stechen ist, sondern dass man wirklich darüber nachdenkt, was ist denn die beste Lösung für die Stadt. Aber wir haben beispielsweise Unterschiede im Bereich der Mobilität, also wie wir uns die Innenstadt vorstellen, wie viel Autoverkehr dort sein soll. Da gibt es große Differenzen. Wir haben auch beim Wohnungsbau unterschiedliche Akzentuierungen, deswegen glaube ich, da lassen sich schon unterschiedliche Punkte ausmachen, aber vor allen Dingen geht es ja auch um die Frage der Persönlichkeit, also wie man das Amt ausüben möchte. Es ist eine Persönlichkeitswahl und da glaube ich, gibt es jetzt ganz unterschiedliche Angebote, sodass für jede Wählerin und für jeden Wähler etwas mit dabei ist. Herr Körner, man sollte ja auch das Profil ein bisschen schärfen, gerade jetzt auch auf der Zielgeraden. Haben Sie sich im Vorfeld Gedanken gemacht, wie Sie das anstellen? Wie können Sie das Profil Martin Körner für die Wählerinnen und Wähler so schärfen, dass es interessant ist? Im Vorfeld des Wahlkampfs habe ich mir darüber natürlich sehr wohl Gedanken gemacht. Mir zum Beispiel ist das Thema Wohnen ganz besonders wichtig. Ich selber war Vorsitzender des Aufsichtsrats der größten Stuttgarter Wohnungsbaugenossenschaft. Das heißt, ich komme auch ein bisschen von dem Thema und die jüngste Umfrage zeigt ja auch, dass das ein Thema ist, was viele beschäftigt und umtreibt. Also das Thema prominent zu besetzen, zu sagen, ja, das muss Chefsache werden. Der Meinung bin ich und damit versuche ich auch Profil zu zeigen. Aber Sie haben nicht ganz unrecht. Ich glaube, die Menschen nehmen das dann eher so wahr. Na ja, irgendwie stehen für bezahlbaren Wohnraum auch alle. Und wie unterscheiden sich da jetzt die einzelnen Kandidaten? Also ich glaube, für die Wählerin, für den Wähler ist es nicht ganz einfach, sich ein Bild zu machen. Aber da muss man eben dann nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Und vielleicht ist es für die Wählerinnen und Wähler auch nicht ganz einfach, den einzelnen Kandidaten oder die Kandidatin zu erkennen. Wir waren mal auf der Königstraße in Stuttgart und haben gefragt, kennen Sie eigentlich den? Kann es sein, dass die gerade alle auf Wahlplakaten sind? Hm, kenne ich nicht. Nee, keine Chance. Das ist ein Bürgermeisterkandidat, ja. Ich weiß aber seinen Namen jetzt nicht und ich weiß nicht, für welche Partei der plädiert. Wie geht diesen jungen Herren hier? Also kennt persönlich nicht. Ich achte da nicht drauf, ob es einer der OB-Kandidaten. Feinlich. Nee, ich kenne ihn nicht. Oh, Mann! Ja, den kenne ich. Den ist immer auf die Werbung auf die Straße. Ich glaube, es ist Marian, aber ich habe den Nachnamen weiß ich nicht. Marian Schreier. Okay. Natürlich, das ist ja ein Opa. Ja. Ja. Nopper. Nopper? Ja. Perfekt. Ja, ich würde sagen, das ist ein Werbegesicht. Kims, Kinsle oder Kinsle. Genau, sie ist ja oft auf Plakaten hier in Stuttgart gut vertreten. Boah, das könnte ein Banker sein oder so. Ich denke mir, der ist irgendwo entweder in der Politik tätig oder in der Rechtswissenschaft. Das ist der Herr Körner. Also schönen Tag und dann Grüße an den Oberbürgermeister. Ja, wir waren mal auf der Königstraße unterwegs. Frau Kinsle, wenn Sie jetzt so am Wahlstand stehen, beispielsweise beim Wochenmarkt oder irgendwo in einem der Stadtteile, geht Ihnen das ähnlich, dass Sie sich erst mal vorstellen müssen, ich kandidiere für die Oberbürgermeisterin? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich hatte manchmal schon sogar einige, die da waren und gewartet haben, weil sie reden wollten. Das hat man ja auch plakatiert, wenn man in die Stadtbezirke gegangen ist. Ich denke, die Königstraße ist nochmal was anderes, weil da auch sehr viele Leute aus der Region unterwegs sind. Also gerade auf der Königstraße sind nicht nur Stuttgarter unterwegs und da kann das schon sein. Aber in den Stadtbezirken und in der Stadtmitte ansonsten hatte ich eigentlich keine Probleme, ob man mich erkennt oder nicht. Wann haben Sie sich denn selbst zum ersten Mal damit beschäftigt, zu kandidieren für das Amt der Oberbürgermeisterin? Kollegen und Kollegen haben ja zum Teil wirklich auch proaktiv ihren Hut in den Ring geworfen. Sie sind von Ihrer Partei nominiert worden. Wann haben Sie sich selbst zum ersten Mal damit beschäftigt? Ich bin Ende Februar gefragt worden und hatte genau drei Tage Zeit, das zu überlegen. Aber ich habe gleich Ja gesagt. Also ich habe die drei Tage nicht gebraucht. Ich habe mich sofort entschieden und habe gedacht, das passt jetzt. Auch biografisch, auch nach dem, was ich in all den Jahren in Stuttgart gemacht habe und eingebracht habe. Und das ist jetzt richtig. Und ich habe Ja gesagt und habe mich sofort voll und ganz entschieden. Wohlgemerkt natürlich ohne die Idee, dass wir kurz darauf einen Lockdown haben, dass sich jetzt alles auch für den Wahlkampf nochmal sehr verändern wird. Aber ich muss sagen, ich habe es in keiner Sekunde bisher bereut, weil es ein ganz intensives Jahr war, trotz der Veränderungen. Und es ist schon ein beglückendes Gefühl, so in eine Stadtgesellschaft eintauchen zu dürfen. Sie betonen oft, Sie möchten gerne einen weiblichen Blick auf die Politik mit einbringen. Was bedeutet das denn? Der weibliche Blick ist, vielleicht ist er ganzheitlicher. Vielleicht ist er manchmal auch lösungsorientierter. Vielleicht ist er manchmal auch ein bisschen direkt pragmatischer, was die Umsetzung angeht. Und da habe ich ja auch jetzt für das Wahlprogramm ein paar konkrete Aussagen dazu gemacht. Ich möchte gerne, dass wir sparsam mit unseren Ressourcen umgehen. Ich möchte gerne, dass wir auch aus dem etwas machen, was schon da ist. Ich möchte natürlich die Entwicklung vorantreiben. Ich habe natürlich auch eine Vision, wie Stuttgart 2025 oder 2030 aussieht, was wir bis dahin erreicht haben wollen. Ich möchte aber im Jetzt und hier die Leute sehr gerne abholen und sehr pragmatisch von der Graswurzel-demokratischen Ebene, eigentlich von unten herauf, diese Stadt in all ihren 23 Stadtbezirken ergreifen und mitnehmen für die Ziele, für die wir uns einsetzen müssen. Aber wäre der Aufschrei groß, wenn Sie jetzt von männlichem Blick auf die Politik sprechen würden bei der ganzen Gender-Diskussion, die wir gerade so haben? Also ich glaube, wir brauchen weder einen rein weiblichen Blick auf die Dinge, noch einen rein männlichen Blick auf die Dinge. Ich finde auch gar nicht, dass der Blick des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin maßgebend ist. Ich glaube, die Sicht der Bürgerinnen und Bürger, die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger ist maßgebend. Und ein guter Oberbürgermeister muss die Sicht der Bürgerinnen und Bürger, die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger verstehen und kennen und er muss daraufhin richtig reagieren. Sie betonen oft im Wahlkampf, dass Sie ein echter Stuttgarter sind, tiefer Wurzel, ein Stuttgarter Herz haben. OB Kuhn ist in Memmingen aufgewachsen, Dr. Schuster in Ulm. Sie sind in Stuttgart aufgewachsen. Wie wichtig ist dieses Stuttgart-Gen für einen Stuttgarter Oberbürgermeister? Also ich glaube, dass es unverzichtbar, geradezu unverzichtbar ist, dass man ein Stuttgarter Herz hat. Das muss man nicht schon von Geburt aus in sich tragen. Das kann man auch entwickeln, dieses Stuttgarter Herz. Aber diese Funktion, die Aufgabe des Oberbürgermeisters ist ja eine ganz besondere. Es ist ja eine ganz besonders herausfordernde. Es ist eine Aufgabe, die man ja im Grunde Tag und Nacht ausüben muss mit paar Stunden Schlaf zwischendrin. Und die muss man mit großer Leidenschaft ausüben. Und ich glaube, ein Oberbürgermeister, nur derjenige, der ein Stuttgarter Herz hat, kann ein würdiger Repräsentant dieser Stadt sein, kann der oberste Lokalpatriot sein. Nur jemand mit Stuttgarter Herz ist dann auch derjenige, der tatsächlich der Macher und Umsetzer der Belange der Bürgerschaft und der Stadt ist. Martin Körner hat zwar nicht in Stuttgart geboren, aber seit vielen Jahren in Stuttgart wohnhaft. Und auch seit vielen Jahren SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Wenn Sie jetzt ausschließlich das SPD-Klientel erreichen würden, dann hätten Sie wenig Chancen, tatsächlich auch Oberbürgermeister zu werden. Wie schaffen Sie es, über das SPD-Parteibuch hinaus die Bürgerinnen und Bürger für sich zu gewinnen? Na ja, zum einen gibt es auch Stadträtinnen und Stadträte der FDP, die mich unterstützen. Das entspricht auch dem, wie ich politisch denke, eher so aus der politischen Mitte heraus. Aber das ist klar, das gilt für uns alle. Der Oberbürgermeister oder auch die Oberbürgermeisterin muss in der praktischen Arbeit in der Lage sein, parteiübergreifend zu arbeiten. Die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat sind nicht so einfach und klar strukturiert, dass man sagen könnte, mit einer Partei ist das zu machen. Nein, das ist ja auch das, was die Kommunalpolitik aus meiner Sicht in Baden-Württemberg so stark macht. Klang ja vorhin auch schon mal an, dass wir da fraktionsübergreifend gut zusammenarbeiten müssen. Und das muss ein Oberbürgermeister auch können. Und ich glaube, ich kann das. Ich habe das in den letzten Jahren auch bewiesen bei verschiedenen Themen. Und das ist wichtig für eine gute Zukunft unserer Stadt. Nichtsdestotrotz haben Sie ein Parteibuch. Wie viel Sozialdemokratie steckt denn in Ihrem Wahlprogramm? Ich bin ein Sozialdemokrat und das auch mit einer gewissen Überzeugung. Ich bin der Meinung, dass die Sozialdemokratie unserem Land jetzt mal insgesamt sehr, sehr gut getan hat. Ich bin auch davon überzeugt, dass Deutschland heute auch deshalb so gut dasteht, weil die SPD in den letzten Jahren in Berlin gut regiert hat. Und in Stuttgart ist es so, dass das Thema bezahlbarer Wohnraum etwas ist, was ja nicht nur Geringverdiener, die auch, aber auch Leute mit ganz normalen Einkommen unheimlich beschäftigt. In dem Moment, wo ich eine neue Wohnung suche, habe ich ein echtes Problem. Und da haben viele sozialdemokratische Oberbürgermeister in der ganzen Republik, in Hamburg, in München, in Frankfurt gezeigt, dass sie gut arbeiten können, damit das besser wird mit den bezahlbaren Wohnungen. Und das möchte ich in Stuttgart auch tun. Herr Schreyer, Sie sind Beisitzer im Landesvorstand der SPD. Es gab zu Beginn des Wahlkampfs große Diskussionen in Ihrer Partei. Wie sehr hat es Ihren Wahlkampf beeinflusst, die Diskussionen, die da entstanden waren? Also ich finde, den eigentlichen Wahlkampf hat es jetzt eigentlich nicht mehr beeinflusst, weil das ist eine Persönlichkeitswahl. Das ist die einzige Wahl, bei der die Parteien nicht antreten. Und man sieht es ja auch schon auf dem Stimmzettel. Da steht der Name des Bewerbers oder der Bewerberin und in Klammern nicht die Partei. Das ist anders als in allen anderen 15 Bundesländern. Und ich finde, das ist auch richtig, dass es so ist, weil der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin drei ganz wesentliche Funktionen in einer Person konzentriert. Man ist Vorsitzender des Gemeinderates, also wesentlich auch für die politische Willensbildung. Man ist Chef der Verwaltung, also die Organisation der Umsetzung. Und dann ist man Vertreter oder Vertreterin nach außen. Und deswegen kommt es da schon sehr stark auf die Person darauf an. Und ich jedenfalls auch in den Gesprächen, die ich an Marktständen oder bei Veranstaltungen geführt habe, hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das ein großes dominierendes Thema ist. Auch wenn das natürlich medial am Anfang des Jahres gelegentlich verhandelt worden ist. Das ist sicherlich so. Aber was Ihnen von Anfang an bewusst war, ist, dass Ihr Alter ein Thema sein könnte. So haben Sie sich für den Slogan entschieden, der Junge kann das. Hat sich das als richtig herausgestellt jetzt im Laufe des Wahlkampfs? Würden Sie das wieder so tun? Das würde ich wieder so tun. Das ist ein bisschen ein ironischer Umgang damit auch gewesen, weil es ist natürlich offenkundig ein Punkt. Und ich finde, das ist auch eine berechtigte Frage. Kann man mit 30 Jahren Oberbürgermeister der Landeshauptstadt sein? Das ist eine Frage, die man stellen darf. Ich finde, Kompetenz ist keine Frage des Alters. Man kann mit 30 oder mit 60 Jahren ein guter Oberbürgermeister oder eine gute Oberbürgermeisterin sein. Also es kommt vielmehr darauf an, was man Ideen und Konzepten mit sich bringt. Aber es ist natürlich ein Punkt, der auch auffällt im Vergleich zu anderen. Und deswegen die Idee, damit dann auch werberisch umzugehen. Und wenn es um werberische Kommunikation geht, muss man ja insgesamt auch darüber nachdenken, was sind Punkte, wo man sich differenzieren kann und wo man vielleicht auch ein bisschen heraussticht. Und deswegen die Entscheidung für den Slogan würde ich auch wieder so machen. Ich weiß, dass das natürlich auch Diskussionen gegeben hat. Es gibt sehr viele, die ihn gut finden. Es gibt auch einige, die da vielleicht Anstoß daran nehmen. Aber das gehört mit dazu bei werberischer Kommunikation. Der Academy Talk mit vier Top-Kandidaten für den Stuttgarter Oberbürgermeisterposten, der am Sonntag vergeben wird, am 8. November oder vielleicht erst am 29. November. Mehr dazu gleich nach der Werbung. Bleiben Sie dabei. Herzlich willkommen zurück zum Academy Talk aus der Wohninvest Academy. Das TV-Duell, eigentlich der TV-Vierkampf. Es geht um den Oberbürgermeister oder um die Oberbürgermeisterin für die Landeshauptstadt Stuttgart. Und unsere Gäste sind heute Marian Schreier, Veronika Kienzle, Martin Körner und Frank Knopper. Schön, dass Sie alle unsere Gäste sind. Sehr gerne. Ja, es gab in dieser Woche eine Studie der Uni Hohenheim, die besagt, dass bezahlbares Wohnen und mehr Wohnungsbau die Top-Themen sind, die die Bürgerinnen und Bürger beschäftigen. Weiter geht es mit Umgang mit Corona, Klimaschutz in der Stadt, Sicherheit und Ordnung und weniger Straßenverkehr landet dort eigentlich auch nur auf Position 7. Wir haben mal Bürgerinnen und Bürger gefragt, welche Frage Sie denn gerne an einen unserer Kandidaten oder unsere Kandidatin stellen wollen. Und dann schauen wir mal rein, was auf der Königstraße zusammengekommen ist. Und die erste Frage geht an Veronika Kienzle. Was machen Sie denn, um die Frauen in Stuttgart zu repräsentieren? Frau Kienzle. Also, ich möchte die Frauen natürlich repräsentieren, aber ich möchte sie auch fördern. Und das beginnt natürlich bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das beginnt auch bei der Förderung im Arbeitsbereich, in der Stadtverwaltung zum Beispiel. Da geht es um die Kinderbetreuung, da geht es aber auch um die Weiter- und Fortbildung. Wir sind nicht nur zufrieden, wenn wir arbeiten und Familie zusammenbringen. Wir wollen uns auch fortbilden und weiterkommen. Das ist wichtig. Ich möchte gerne das Mentorenprogramm auch für Frauen in Führungspositionen hinein ausbauen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und dann möchte ich auch Fraueninitiativen und Frauenvereine fördern. Ich möchte mich gerne dafür einsetzen, dass Frauen aus allen sozialen Schichten sich engagieren und diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, von dem wir immer reden, und der jetzt gerade wirklich so nötig ist wie selten, dass der auch von Frauen ganz stark mitgestaltet wird. Dankeschön. Frage zwei geht an Frank Knopper. Was machen Sie gegen die steigenden Mietpreise? Kommt bald eine Bremse oder wie geht es weiter? Also ich denke, es ist völlig richtig, was die Dame auf der Königstraße gesagt hat. Wir brauchen mehr preiswerten Wohnraum. Wir brauchen mehr Wohnraum aller Art, gerade auch und vor allem auch der bezahlbaren Art. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Haushalte und die Zahl der Einwohner extrem gestiegen und die Zahl der Wohnungen ist nicht mitgestiegen. Wir haben viel zu wenig gebaut in den vergangenen zehn Jahren. Dies muss sich wieder ändern. Wir müssen deutlich mehr bauen, wenn wir den Mietpreisdeckel wieder nach unten treiben wollen. Aus meiner Sicht brauchen wir mindestens 2000 zusätzliche Wohnungen durchschnittlich pro Jahr. Und für Sozialbedürftige, aber auch für Familien mit mittlerem Einkommen brauchen wir eine Sozial- und Förderquote, um diesen Gruppen, um diesen Bevölkerungsgruppen mehr preiswerten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dankeschön. Hier die Frage an Marian Schreier. Und zwar beschäftigt mich die Frage, ob es in der jetzigen Phase mit der Corona-Phase jetzt auch auf zweierlei Maß irgendwo gewogen wird. Als Beispiel im Fußball. Die erste, zweite Liga darf spielen. Alles, was darunter ist im Amateurbereich, darf es nicht, obwohl alle dieselben Hygieneverordnungen befolgen. Und wie wird das gemessen? Wie kann man das verstehen? Kona, auch hier ein Thema. Ja, das ist eine sehr schwierige, aber berechtigte Frage, die sich, glaube ich, viele Menschen stellen. Wie kriegen wir das hin, dass wir ausgewogene Regelungen haben, die fair mit allen Gesellschaftsbereichen umgehen und die sich jetzt auch gerade in dieser Woche noch mal intensiv stellt, weil wir ja jetzt wieder Teilschließungen haben in der Gastronomie beispielsweise, aber auch viele Kultureinrichtungen. Also zu dem konkreten Beispiel. Ich glaube, man muss sehen, dass wir unterschiedliche Hygienekonzepte in den Bereichen haben. Und deswegen gibt es Teile der Gesellschaft, die aktuell noch offen sind. Also dort, wo zum Beispiel auch vorsorglich Testungen organisiert werden und andere Bereiche, wo es die nicht gibt, die dann geschlossen sind. Aber ich finde den Punkt richtig, dass wir noch stärker darüber nachdenken müssen, wie kriegen wir das differenziert hin und vor allen Dingen nachvollziehbar. Weil das Ganze lebt am Ende des Tages von der Akzeptanz, dass wir alle die Maßnahmen auch einhalten und umsetzen. Weil das kann kein Staat der Welt einfach nur verordnen und durchsetzen, sondern es geht nur durch Einsicht und Überzeugung. Und da finde ich, müssen wir noch stärker als Politik auch darauf achten, dass wir die Dinge gut erklären, dass wir sie klar kommunizieren, dass wir sie auch klar regeln. Und ich gebe auch offen zu, dass es da Dinge gibt, mit denen ich auch Schwierigkeiten gehabt habe. Ich nehme mal das Frühjahr, als die Bundesliga wieder begonnen hat und gleichzeitig das im Kita- und Schulbereich noch anders aussah. Da habe ich auch persönlich ein Stück weit ein Störgefühl gehabt, weil sehr viele Eltern bei mir, ich bin Bürgermeister in Teng, angerufen haben und gefragt haben, naja, wie ist das eigentlich mit den Kita-Plätzen? Ich weiß, dass es dort andere Hygienekonzepte gab, kann aber verstehen, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung anders ist. Und wir müssen, letzter Gedanke dazu, finde ich, künftig noch stärker gucken, dass wir auch die Beteiligten und Betroffenen einbinden, also wenn wir Maßnahmen entwickeln, weil die Pandemie wird uns noch ein Stück weit beschäftigen und sie ist nicht einfach vorbei. Und last but not least die Frage für Martin Körner. Wie kann ich eine Stadt ökologisch gestalten, ohne dass dieser Verkehr, dass das halt alles irgendwie wegbricht? Also mir ist es wichtig, dass es nicht nur auf Ökologie geht, sondern dass vor Ort eingekauft wird. Und das Konzept, das wird mich interessieren. Fast wie gemalt die Frage für Martin Körner und das Fünf-Minuten-Konzept. Ja, das ist schön, dass Sie mir das jetzt nochmal so nahe legen, gleich die Antwort. Ich muss gestehen, ich habe den Schluss nicht ganz verstanden, wo die Dame gesagt hat, dass man auch vor Ort noch einkauft. Ich meine, wenn es darum geht und Ökologie und Verkehr zusammenzubringen, dann ist es in der Tat so, dass ich die Meinung vertrete, dass wir uns vornehmen sollten, so als Leitidee auch für die Zukunft, dass wir Wohnquartiere schaffen, wo man in fünf Minuten, ich nenne das die Fünf-Minuten-Stadt, wirklich so die Dinge des alltäglichen Bedarfs erledigen kann. Also in fünf Minuten beim Einkaufen ist, in fünf Minuten bei der Kita, bei der Grundschule, in fünf Minuten bei der Haltestelle. Und das schaffen wir aber natürlich nur, wenn wir kompakte, urbane Quartiere haben. Und das bedeutet schon auch in dem Siedlungsgebiet, wo wir heute schon wohnen, auch noch ein paar mehr Wohnungen zu haben, aufzustocken, ein bisschen höher zu bauen, auch damit mehr Leute im Quartier leben, weil dann rechnet sich auch der Supermarkt. Und ich versuche, diese positive Vision auch deshalb zu beschreiben, weil ich in meiner Arbeit bei der Wohnungsbaugenossenschaft, bei meiner Arbeit als Kommunalpolitiker gemerkt habe, egal, wo wir neue Wohnungen zum Beispiel bauen wollen, sind die, die da schon wohnen, in der Regel eher dagegen. Und das ist aber etwas, wo ich versuche zu beschreiben, was auch die davon haben können, die da schon leben. Und nochmal zu der Frage der Frau, wenn uns das gelingt, so kompakt zu wohnen, dann vermeiden wir auch ganz viel Verkehr. Und das ist dann auch ein ökologischer Nutzen für die ganze Stadt. Und Attraktivität für die Bürgerinnen und Bürger auf jeden Fall. Wenn wir mal generell die Attraktivität von Stuttgart anschauen, muss ich sagen, Stuttgart hat schon auch ein Stück weit ein Imageproblem. Wir reden von Stuttgart 21, wir reden von Feinstaub, wir haben die Wutbürger, wir haben zuletzt die Krawallnacht gehabt. Was würden Sie als Oberbürgermeister tun, um auch die Attraktivität im Image der Stadt Stuttgart zu verbessern? Naja, also Stuttgart ist ja eine starke Stadt. Sie haben zwar recht mit dem Image, das ist außen vielleicht momentan eher mit diesen negativen Schlagzeilen behaftet. Wenn wir die Bürgerinnen und Bürger allerdings fragen in Bürgerumfragen, sind sie sehr zufrieden mit der Lebensqualität in unserer Stadt. Aber wir müssen schon was dafür tun, dass wir als Stadt nach außen hin auch positiver wahrgenommen werden. Und da müssen wir doch anknüpfen an den Stärken, die wir haben. Ich finde schon, dass die ökonomische Stärke, auch das Bekenntnis zur Industriestadt, aber halt auch zu einer modernen Industriestadt, etwas Positives ist, was man mit dieser Stadt auch selbstbewusst vertreten kann. Wo ich auch sagen würde, das muss der Oberbürgermeister auch selbstbewusst vertreten. Wir sind ökonomisch stark, weltweit erfolgreich mit hochmotivierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sehr innovativen Unternehmerinnen und Unternehmern. Darauf können wir auch stolz sein. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt, der uns ja auch ausmacht. Nämlich eine unglaubliche Vielfalt der Stadtgesellschaft. Und da meine ich jetzt nicht immer auch gleich das Thema Migrationshintergrund, sondern ja auch viel, viel mehr. Das ist eine Stärke, die man auch sicherlich noch stärker nach außen tragen kann. Aber da müssen wir auch ein bisschen dafür arbeiten, dass diese Stadt in ihrer Vielfalt trotzdem ein bisschen zusammenhält. Das habe ich vorhin noch angedeutet. Und last not least, ich finde, wir sind eine Stadt in Deutschland mit einer Landschaft, die es so kaum noch ein zweites Mal gibt, mit dieser Kessellage. Der Kessel ist manchmal dann auch schon wieder negativ konnotiert. Aber wenn man sich das dann mal anschaut, die Hügel, den Wein in dieser Stadt. Und ich finde auch zum Beispiel unsere Staffeln wunderschön. Dann ist das auch etwas, was wir mehr ins Schaufenster stellen können. Und natürlich zuvörderst muss das ein Oberbürgermeister auch verkörpern, dass er diese Stadt auch liebt und wertschätzt und dass er das auch nach außen tragen kann und will. Oder eine Oberbürgermeisterin, Frau Kienzle. Frau Kienzle, die Attraktivität der Stadt hat ja schon auch eine gewisse Wirkung für die Wirtschaft. Es geht hier um wirklich wichtige Arbeitsplätze. Da befindet man sich nicht nur im nationalen, sondern auch im internationalen Vergleich. Wenn wir mal beispielsweise auf Städte wie Kopenhagen oder Stockholm schauen, was die Qualität des Radnetzes anbelangt. Aber gerade Stockholm ist für mich auch ein gutes Beispiel, was beispielsweise die U-Bahnen anbelangt, U-Bahnhöfe. Jetzt gibt es in Stuttgart die neue Staatsgalerie. Die mag architektonisch wunderschön sein. Aber gerade auch mit dem Begriff Staatsgalerie verbinde ich was anderes als grau in grau. Wo ist hier die künstlerische Ader? Sie als Künstlerin. Können wir nicht kreativ in Stuttgart oder wollen wir nicht kreativ? Na gut, also die Kreativität würde ich jetzt nicht an einer Stadtbahnhaltestelle festmachen wollen. Aber natürlich muss man schon sagen, gibt es Nachholbedarf in der Aufwertung des öffentlichen Raums. Also insbesondere in der Innenstadt. Ich bin ja seit 16 Jahren Bezirksvorsitzende von Stuttgart Mitte und kenne ja die Höhen und Tiefen. Und vor allem die vielen Baulöcher, die vielen Baustellen, die natürlich auch immer eine Unruhe bringen. Die Stadt ist eigentlich in einem, ja wie in den Gründerjahren, es ist eigentlich ein Gründungsprozess, der da ganz neu stattfindet mit den neuen Bauvorhaben. Denken Sie allein an die 20 vergangenen Jahre. Da haben wir vom Gerber über das Milaneo über das gesamte Europaviertel, was da alles neu entstanden ist. Und diese Unruhe und natürlich auch dieses Unwohlsein mit der Unruhe. Das hat schon auch eine Belastung gehabt. Deshalb wäre wirklich mein Petitum, dass wir jetzt endlich, endlich an den öffentlichen Raum gehen. Dass wir einfach auch Verkehrsflächen da, wo es möglich ist, zurückbauen. Wir haben eine Not wirklich, dass uns auch dieser ganze Biodiversitätsgedanke in der Stadt verloren geht. Das heißt, wir müssen auch in der Stadt, auch in den verdichteten Ballungsgebieten mit der Natur ins Reine kommen. Das heißt, wir müssen begrünen. Wir müssen nachverdichten. Wir brauchen keine Betonwände mehr, sondern wir brauchen einfach Begrünung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt, Sie haben von der Staatsgalerie-Haltestelle gesprochen. Die hat nicht mal ein anständiges Regendach. Also das ist wirklich in meinen Augen völlig schief gelaufen. Aber das können wir besser machen. Und die Attraktivität der Stadt wird, die wird natürlich entstehen, wenn man es will. Und da hat man in den vergangenen Jahren zu sehr auf die Bauvorhaben geguckt und zu wenig da investiert. Und das ist auch etwas, was ich wirklich zuvörderst in Angriff nehmen würde. Die Leute sind darauf angewiesen, sich außen auch aufhalten zu können, sich begegnen zu können. Das macht die Liebenswertigkeit dieser Stadt aus. Und die Steffele, das sehe ich genauso wie der Kollege Körner, sind ein Kulturgut der Stadt. Aber sie müssen halt auch in Ordnung gehalten werden, sodass man da auch unfallfrei passieren kann. Herr Nopper, Frau Kinsle hat es gerade angesprochen, seit vielen Jahren Bezirksvorsteherin für Mitte mit Höhen und Tiefen. Ein Tiefpunkt war sicherlich auch die Krawallnacht, die ein neues Thema auch in den Wahlkampf mit aufgebracht hat. Das ist eigentlich so richtig hochgekommen, dann auch mit der Krawallnacht, Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auch in der Stadt. Was sind Ihre konkreten Pläne, um die Stadt sicherer und sauberer zu machen? Und wahrscheinlich nicht nur die Innenstadt, sondern wir müssen auch von den Außenstadtbezirken sprechen. Ja, wir brauchen in der Innenstadt und in der gesamten Stadt mehr Entschlossenheit bei der Repression und wir brauchen mehr Nachhaltigkeit bei der Prävention. Wir brauchen mehr Streetworker, insbesondere in den Brennpunktbereichen. Wir brauchen auch mehr Einsatz von Sozialpädagogen in den Jugendhäusern und wir brauchen mehr Präsenz der Landespolizei und auch mehr Präsenz des Polizeivollzugs- und Polizeioordnungsdienstes. Mein Vorschlag ist es, meine Forderung ist es, dass wir 150 zusätzliche Kräfte einstellen beim Polizeivollzugs- und Polizeioordnungsdienst der Stadt. Und wenn wir immer mehr Menschen zum Umstieg auf die S-Bahn, auf die Stadtbahn, auf die Linienbusse bewegen wollen, dann brauchen wir auch mehr Sicherheit im ÖPNV. Wir brauchen zumindest an den Wochenenden, in den Abend- und Nachtstunden dann mehr Sicherheitspersonal an den Brennpunktbahnhöfen, an den Brennpunkthaltestellen und auch in den Zügen. Herr Schreier, Sie haben in Oxford studiert. Wenn wir uns jetzt mal ein paar Jahre zurückversetzen, Sie reden mit einem englischen Kommilitonen und schwärben von Ihrer Heimatstadt Stuttgart. Sie empfehlen das Mercedes-Museum, das Porsche-Museum, den Fernsehturm. Wenn das jetzt alles abgehakt ist, was würde Ihnen denn noch einfallen, um Ihren Kommilitonen von Stuttgart zu überzeugen, dass er da unbedingt mal eine Reise hintun muss? Also ich glaube, da gibt es unglaublich vieles, was Stuttgart zu bieten hat, auch wenn das heute vielleicht nicht alles so stark nach außen dringt. Und zwar, ich will vielleicht mal beginnen auch mit so einem Lebensgefühl, was sich eingestellt hat. Ich finde, wenn man im Sommer in Stuttgart unterwegs ist, dann ist das inzwischen doch in Teilen ein mediterranes Lebensgefühl, wo sich vieles draußen abspielt. Ich nehme mal den Schlossplatz, wo junge Menschen auf der Wiese sitzen, wo man flaniert auf der Königsstraße, wo man einen Kaffee trinken geht und das ist schon ein besonderes Lebensgefühl, wenn ich das jetzt vergleiche, auch mit den Innenstädten von anderen deutschen Großstädten. Das ist eines, das andere ist, also ich finde, es gibt kaum eine andere deutsche Großstadt, die diese Mischung in der Kultur hat. Und zwar, wir haben da eine starke Fokussierung immer auf die Hochkultur, auf Oper, Theater, Ballett und das ist auch einzigartig, das ist wirklich ein Leuchtturm. Aber in dieser Bandbreite, was wir freie Szene, Subkultur, Tanztheater bis hin auch zu Angeboten in der Nachtkultur haben, das ist wirklich eine besondere Mischung. Ich glaube, dass wir aber da schauen müssen, dass wir das noch stärker nach außen tragen, dass man wirklich sagt, es gibt eine gemeinsame Konzeption dafür, wo man Stuttgart auch nochmal anders als Kulturstadt vermarktet. Und dann der letzte Punkt, das ist ein bisschen schon angeklungen bei Ihnen. Ich finde, es gibt eigentlich auch wenig andere Großstädte, die so diese Mischung haben. Wir haben es vorhin gehört von Landschaft und Aussicht und trotzdem Urbanität. Das ist schon eine besondere Kombination, dass man, also wenn man jetzt in Ulbach steht, hat man ja erstmal vielleicht nicht das Gefühl, dass man in der Landeshauptstadt ist, sondern vielleicht eher in dem württembergischen Weindorf. Und gleichzeitig aber trotzdem die Angebote, die eine Großstadt ausmachen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass sehr viele Menschen auch gerne nach Stuttgart kommen wollen. Da müssen wir aber noch ein bisschen mehr tun, weil heute haben wir überwiegend Business-Gäste. Das heißt, ich finde, der Bereich Tourismus ist einer, der mir wichtig wäre. Da müssen wir noch mehr machen im Marketing. Da gibt es gute Ansätze und müssen die Stärken, die ich gerade auch beschrieben habe, nochmal anders herauskehren und vielleicht auch nochmal mit dem Umland zusammendenken, was wir da auch an spannenden touristischen und Freizeitangeboten haben. Vielleicht auch von der Stadtverwaltung oder von der Spitze der Stadt auch andere Formulierungen wählen anstatt Feinstaub. Vielleicht, wir wollen die beste Luft der Stadt haben. Ja, das habe ich ja gelegentlich so formuliert. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir brauchen insgesamt, finde ich, wieder eine positive Grundhaltung in der Stadt. Also ich finde aktuell ist unklar, wo Stuttgart eigentlich überhaupt hin will. Wo wollen wir in 10, 15, 20 Jahren als Stadt stehen? Da brauchen wir wieder ein positives Zukunftsbild. Wir müssen uns gemeinsam was vornehmen und die Grundhaltung, die muss eine positive sein. Das muss die Stadtspitze verkörpern und nach außen tragen. Das ist der eine Teil, die Richtung zu klären und eine positive Kommunikation. Das andere ist, wir müssen manche Dinge aber tatsächlich auch in der Substanz verändern. Also es ist nicht nur ein Image-Thema. Wir haben jetzt über öffentliche Orte gesprochen. Ja, da gibt es einige, die müssen deutlich schöner werden. Wir haben über Stadtteilzentren, die City gesprochen. Da müssen wir gucken, dass wir da eine lebendige Mischung haben aus Handel, aus Kultur, aus Gastronomie. Also es ist beides, es ist Image und Substanz. Herr Körner, Sie haben vor acht Jahren auch den Wahlkampf sicherlich sehr intensiv auch verfolgt. Wenn wir jetzt mal auf das Wahlprogramm von Fritz Kuhn schauen, da standen so Sachen wie Feinstaub bekämpfen, Stuttgart braucht Urbanität, bezahlbaren Wohnraum, Anreize für Verkehrsvermeidung und Stadt am Fluss. Könnte man eigentlich eins zu eins auf 2020 und auf all Ihre Wahlprogramme übertragen, oder? Ja gut, beim Feinstaub sind wir ja mittlerweile unter den Grenzwerten. Insofern könnte man sagen, okay, immerhin da ein Haken dran. Auch bei den Stickoxiden mittlerweile. Aber jetzt muss ich gestehen, auf die Diskussion hätte ich in Ihrer Vielfalt auch verzichten können. Ja, aber die anderen Themen sind nach wie vor ganz oben auf der Tagesordnung. Sie haben die genannt. Insbesondere das Thema Stadt am Fluss ist etwas, wo wir, glaube ich, alle spüren, dass da ein gigantisches Potenzial ist, dass wir den Neckar nicht so als Teil der Stadt erleben, wie das viele andere Städte mit ihren Flüssen tun. Und da geht es vor allem darum, mal in die Umsetzung zu kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was für die ganze Stadt und für viele Themen gilt, dass wir bei der Umsetzung von den Zielen, die wir uns vorgenommen haben, wirklich ein Gas zulegen müssen und mal ein paar Ergebnisse vorzeigen müssen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen zu Recht von einem neuen Oberbürgermeister, einer neuen Oberbürgermeisterin erwarten, dass da auch mal ein paar Ergebnisse bei rumkommen. Ich bin da aber ganz optimistisch. Ich glaube, wir sind eine starke Stadt, müssen auch eine Stadtverwaltung haben, die in der Umsetzung das dann auch leistet. Da gibt es auch manches zu tun. Die Kolleginnen und Kollegen sind zum allergrößten Teil sehr, sehr motiviert, aber brauchen auch vernünftige Organisations- und Managementstrukturen und vor allem auch ein bisschen Gestaltungswillen an der Stadtspitze. Darauf kommt es schon auch an. Frau Kinzler, jetzt haben viele Bürgerinnen und Bürger vor acht Jahren grün gewählt. Nicht nur Fritz Kuhn, sondern auch tatsächlich grün. Man sieht es auf Ihren Plakaten. Sie sind für die Grünen auch in diesem OB-Wahlkampf. Wenn Sie auf die letzten acht Jahre zurückblicken von Fritz Kuhn und diese Themen, die wir gerade auch aufgezählt haben, sind immer noch da. Was können Sie den Wählerinnen und Wählern mitgeben, dass Sie anders machen als die letzten acht Jahre? Fritz Kuhn. Also viele Dinge wurden ja in den letzten acht Jahren angelegt. Und das sind auch viele Themen, die sehr langfristig angelegt werden müssen. Deshalb muss man bei aller Kritik, die man vielleicht auch haben kann, auch gerecht sein und sagen, man kann nicht etwas anlegen und gleich auch sofort umsetzen. Das ist manchmal einfach nicht möglich. Es werden viele Themen, die in den letzten Jahren mit dem Gemeinderat erarbeitet wurden, in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Und dann ist der jetzige Oberbürgermeister gar nicht mehr im Amt. Aber ich denke, was ich anders machen würde, ist mit Sicherheit einfach diese Bürgernähe. Ich würde sehr viel stärker aus den Stadtbezirken heraus das denken. Ich würde noch konkreter auch mit der Region und überregional ins Gespräch kommen. Ich würde sehr viel direkter auch mit der Landesregierung zusammenarbeiten, weil die Themen, die wir jetzt anstehen haben, nämlich Transformation der Mobilität, Klimaschutz, das sind alles Themen, die wir auch nicht nur auf kommunaler Ebene, zwar mit konkreten Beispielen umsetzen können, aber wir können sie nicht alleine entscheiden. Wir brauchen auch Fördermittel, wir brauchen auch Programme, die uns helfen, einen Anreiz zu schaffen, zum Beispiel Privatdächer mit Solar zu versehen oder Wohnraum nicht leer stehen zu lassen, sondern da auch noch konkreter zu sein, wenn es darum geht, danach zu verfolgen. Also insofern müssen wir da auch auf regionaler und Landesebene viel, viel intensiver zusammenarbeiten. Und ich würde das auch sichtbar machen. Und auch von der Kommunikation her transparenter gestalten wollen. Ich finde es wichtig, dass Themen, die in Planung oder in der Entwicklung sind, auch draußen nachvollziehbar sind, auch in ihrem Rohzustand. Wir müssen nicht immer erst warten, bis es fertig geplant ist und dann mit der Pressemeldung rausgehen, sondern wir müssen die Leute mitnehmen. Sonst haben wir einfach zu sehr den konfrontativen Kurs gleich mit im Plan. Und das soll ja eigentlich nicht sein. Also ich würde das kommunikativer angehen, ich würde es direkter in der Umsetzung angehen und ich würde das Rathaus in seinen Verfahren transparenter gestalten. Herr Nopper, ein transparentes Rathaus. Marian Schreier ist Bürgermeister, Sie sind Oberbürgermeister seit 2002 der großen Kreisstadt Backnang. Ist das so Ihr USP, den Sie mit einbringen können, auch in den Wahlkampf wirklich langjährige Erfahrung als der Chef einer großen Kreisstadt? Ja, ich denke, das ist ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal. Pragmatismus, Bürgernähe, Offenheit, Direktheit, dass man auf die Menschen zugeht. Übrigens in regelmäßigen Bürgersprechstunden, ich habe das in den vergangenen 18,5 Jahren so gehandhabt, monatliche Bürgersprechstunde. Ich würde das in Stuttgart fortführen. Übrigens nicht nur im Stuttgarter Rathaus, sondern in regelmäßigen Abständen auch in den Bezirksrathäusern draußen in den Stadtbezirken. Herr Schreier, ist das vielleicht der größte Unterschied von einer Großstadt wie Stuttgart zu einem, ist es ein kleines Dorf oder einer Kleinstadt wie Tengen? 5.000 Einwohner hat Tengen. 5.000, ja. So, dass man eigentlich nicht jeden an der Ecke kennen kann, sondern immer wieder neue Menschen kennenlernt, Tag für Tag? Also ganz klar ist es von der Größe anders und man kann nicht jeden kennen. Aber ich finde, es gibt in der Art, wie man Kommunalpolitik betreibt und in den politischen Stil Dinge, die man übertragen kann. Ich will mal ein Beispiel machen. Ich bin der Überzeugung, dass wir die allermeisten großen Herausforderungen in Stuttgart nicht mehr alleine als Oberbürgermeister Stadtverwaltung als Gemeinderat lösen können, sondern dass wir im wahrsten Sinne des Wortes die gesamte Stadtverwaltung dafür brauchen. Wir müssen die gesamte Stadt dafür brauchen. Wir müssen unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zusammenführen und zu einer Lösung bringen. Genau das habe ich in Tengen auch gemacht. Wir haben beispielsweise ein Ärztehaus gebaut, was wir nicht alleine als Stadt gemacht haben. Wir haben eine Genossenschaft gegründet, haben da ganz unterschiedliche Gruppen zusammengebracht, inzwischen über 400 Bürgerinnen und Bürger. Also ich finde, es geht um den Kulturwandel in der Kommunalpolitik und das ist dann keine Frage der Größe, sondern der Herangehensweise, was sich auch übertragen. Das gilt übrigens auch für die Transparenz in der Kommunikation. Wir sind seit 2017 Modellkommune Open Government in Tengen, ausgezeichnet durch das Bundesinnenministerium. Ich finde, wir müssen auch in Stuttgart transparenter werden in dem, was wir als Stadt und Stadtverwaltung tun. Drei Kandidaten und eine Kandidatin zu Gast bei uns beim Academy Talk hier in der Wohninvest Academy. Wer wird Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister? Die Wahl ist am 8. November und Sie haben die Wahl. Bleiben Sie dran. Gleich gibt es 60 Sekunden noch einmal alle Fakten unserer Kandidaten. Jeder hat noch einmal die Chance, sich Ihnen vorzustellen. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Academy Talk mit drei Kandidaten und einer Kandidatin für den Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin-Posten der Landeshauptstadt Stuttgart. Jeder hat jetzt 60 Sekunden Zeit. Warum sollten Sie genau mich wählen? Also nicht mich, sondern in diesem Fall Marian Schreier. Bitte schön. Ob Klimawandel, Wohnungsbau oder nachhaltige Mobilität, viele der Themen, die wir in den kommenden acht Jahren entscheiden, reichen weit in die Zukunft und bestimmen nicht nur die nächsten 10, sondern 20, 30 Jahre. Und sie betreffen vor allen Dingen auch eine jüngere Generation. Deswegen ist es an der Zeit, dass auch eine jüngere Generation Verantwortung übernimmt. Nicht, weil dadurch schlagartig alles anders wird, aber weil nicht mehr zuerst gefragt wird, was nicht geht, sondern was gemeinsam möglich ist, was wir uns vornehmen. Ich will, dass wir einen echten Neustart für bezahlbares Wohnen wagen, dass jeder seinen Platz hat in Stuttgart. Ich will, dass wir Modellstadt werden für nachhaltige Mobilität, dass wir die Stadt gemeinsam so gestalten, dass das umweltfreundlichste Verkehrsverhalten gleichzeitig das einfachste, bequemste und günstigste ist. Und ich will, dass wir noch familienfreundlicher werden. Das heißt Kita-Platz-Ausbau, Schulsanierung müssen wir schneller werden, aber auch mehr Spielplätze in der Stadt. Und all das gelingt nur mit einem positiven Stil, wenn wir uns gemeinsam mehr zutrauen, wenn wir Lust auf Neues haben, ohne unsere Tradition zu vergessen. Und dafür bitte ich am 8. November um Ihr Vertrauen. Dankeschön, Marianne Schreier. Das TV-Duell, der TV-Vierkampf hier beim Academy Talk in der Wohninvest Academy. Das war Statement Nummer 1 und hier kommen wir zu Statement 2 und bitten Dr. Frank Nopper. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich stehe für ein starkes Stuttgart mit einer starken Wirtschaft und mit sicheren Arbeitsplätzen. Wir brauchen die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Für eine starke Wirtschaft, für eine intakte Umwelt brauchen wir eine starke Wirtschaft und für eine starke Wirtschaft brauchen wir eine intakte Umwelt. Stuttgart muss wieder sicherer und sauberer werden und wir brauchen Mobilität für alle. Für den ÖPNV, für die Radfahrer, für die Fußgänger und für das Auto. Der Weg in eine radikal autofreie Innenstadt ist ein wirklichkeitsfremder Irrweg. Der richtige Ansatz ist eine menschenfreundliche Innenstadt, der Zukunft mit dem Auto der Zukunft. Und, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt zählt vor allem auch langjährige Oberbürgermeistererfahrung frei nach dem Motto Aus-Erfahrung gut. Der nächste in der Reihe ist Martin Körner. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, jetzt sind Sie dran. Bitte gehen Sie am Sonntag wählen. Über die Hälfte der Wahlberechtigten sind in den letzten Jahren nicht zur Wahl gegangen. Ich finde das ein bisschen schade. Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, denn es geht um unsere Stadt. Es geht um eine gute Zukunft für unsere Stadt. Und jetzt werden Sie sich fragen, ja, warum soll ich jetzt ausgerechnet den Körner wählen? Drei Argumente möchte ich Ihnen an die Hand geben. Erstens, ich bringe genügend Erfahrung und genügend Zukunft mit. 25 Jahre im Beruf und 10 bis 20 Jahre, die ich in den Blick nehmen kann. Zweitens, ich bringe ökonomisches Know-how und soziales Gefühl für ein Miteinander in dieser Stadt mit. Und last not least, ich bin gerne bei den Menschen. Ich mag die Menschen in unserer Stadt und möchte als Oberbürgermeister Verantwortung übernehmen. Für eine starke Zukunft unserer Stadt gehen Sie am 8. November zur Wahl. Wählen Sie Martin Körner. Dankeschön, Martin Körner. Wir sind in dieser Sendung gestartet mit der Vorstellung eines jeden Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge. Zum Abschluss haben wir die alphabetische Reihenfolge gedreht. Und deshalb nicht Ladies first, sondern das ist jetzt der Abschluss unserer Runde durch Veronika Kinsle. Liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, ich habe mich für Stuttgart entschieden. Ich bitte Sie, dass Sie sich für mich entscheiden. Warum? Weil ich mich für Ihre Belange einsetzen werde. So wie ich es jetzt seit über 30 Jahren im Haupt- und im Ehrenamt für diese Stadt bereits tue. Ich kenne die Stadt. Ich liebe die Stadt. Ich habe hier ein Kind großgezogen. Und ich weiß, wie es ist, in dieser Stadt zu leben. Und ich weiß, was die Fragen für die nächsten Jahre sein werden. Wir müssen radikal umdenken in unserem Mobilitätsverhalten. Wir müssen uns um die Natur kümmern, um den Erhalt der Natur. Und genau das will ich gemeinsam mit Ihnen gestalten. Genau das will ich voranbringen, damit unsere Kinder und auch unsere Enkel eine gute Zukunft haben. Und das kann nur gemeinsam mit Ihnen gelingen. Gehen Sie am 8. zur Wahl. Und ich bitte um Ihre Stimme. Ja, Dankeschön, Veronika Kinsle. Das war der Academy-Talk hier aus der Wohninvest Academy. Aber selbstverständlich gibt es bei jedem Academy-Talk auch heute wieder Geschenke aus den Händen des Marketing- und PR-Leiters der Wohninvest, Michele Vulcano. Es gibt eine besondere Ausgabe des Grundgesetzes und Wonopoli. Vielleicht gibt es ja nach einem anstrengenden Wahlkampf mal wieder einen Abend zu Hause, wo man auch ein bisschen spielen kann. und mal auf andere Gedanken kommen kann. Dankeschön, Michele. Und das war der Academy-Talk hier aus der Wohninvest Academy. Es gibt einen spannenden Wahlsonntag und vielleicht noch eine Fortsetzung dann am 29. November. Dankeschön, Marianne Schreier, Veronika Kinsle, Martin Körner und Dr. Frank Nopper, unsere Gäste beim Academy-Talk, dem Special, das TV-Duell, eigentlich der TV-Vierkampf. Und gehen Sie am Sonntag bitte alle wählen. Dankeschön fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.